einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf phoenix tv heute geht es einmal um die heckverkleidung meines segways nala gld wie ihr bereits bei den vorherigen videos gesehen habt habe ich ja schon die front schwarz matt foliert die seitenverkleidung wurde schwarz matt foliert und heute ist die heckverkleidung dran und dann bin ich erstmal fürs erste fertig bei der heckverkleidung weiß ich noch nicht ganz genau wie ich das alles mache weil ich mache das alles zum ersten mal deswegen muss ich erstmal gucken wie ich das immer auseinander gebaut kriege aber bis jetzt war alles noch nicht schwer also nichts kompliziert von daher gehe ich davon aus dass die heckverkleidung genauso nicht kompliziert sein wird dazu müssen wir auf jeden fall als erstes den koffer wieder abbauen die rücksitzlehne und den gepäckträger nachdem ich das alles geschafft habe werde ich dann weiter gucken wie die nächsten schritte folgen gleich geht's los nach dem intro auf jeden fall Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann kommen wir auch schon in die Verkleidung ran, da müssen wir nicht das ganze Heck auseinander bauen, die entferne ich jetzt und dann geht es weiter. So, die zwei Schrauben sind jetzt raus, jetzt können wir die weiße Heckverkleidung abnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keep on movin' on 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020